Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier gerade auf dem siebten Automotive Suppliers Day. Ich bin Dina Pierzibur, eine duale Studentin bei der T-Systems und ich gucke mir hier gerade ein Exponat an. Es geht um Blockchain und jetzt wollte ich einfach mal fragen, was ist Blockchain überhaupt? Hallo und herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Attila Misota. Ich bin aus der PU Digital Solution im Bereich Digital Trust zuständig für das Thema IT-Sicherheit, Datenschutz und Blockchain. Und da sind wir auch gleich bei der Frage, was ist Blockchain? Blockchain ist im Grunde eine verteilte Datenbank, mit der man drei große Maxime ermöglicht. Das heißt Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Manipulationssicherheit. Das heißt im Grunde, alle Daten werden verteilt auf allen Beteiligten gespeichert. Jeder kann darauf zugreifen und jeder hat einen Nachweis darüber, was in der Blockchain gespeichert wurde. Okay, das hört sich jetzt ziemlich spannend an. Und jetzt sehen wir hier ja ein ziemlich großes Gebilde. Kannst du mir ein bisschen darüber erklären, was ist das? Sehr gern. Hier haben wir im Endeffekt eine Mini-Produktionsanlage aufgebaut, wo wir einen Bestellprozess durchführen. Der Bestellprozess wird an die Anlage gesendet. Die Anlage fässt die Informationen auf, arbeitet den Bestellprozess komplett durch. Und während der einzelnen Prozessschritte werden alle Informationen in der Blockchain gespeichert. Zum Schluss wird noch schön verpackt und dementsprechend wird dann der Produktionsprozess transparent für den Endkunden oder für den Verbraucher möglich gemacht. Ja cool, also das hört sich ja ziemlich praktisch an. Warum sollte jetzt ein Kunde beispielsweise denn die Blockchain-Dienste der T-Systems in Anspruch nehmen? Was macht die T-Systems besonders? Grundsätzlich kann man sagen, dass wir ein Full-Service-Anbieter sind. Das heißt im Grunde bieten wir für den Endkunden von Ide-Creation-Workshop, Strategie-Workshop über Implementierung, Betrieb und zum Schluss auch Test und Qualität der Blockchain-Lösungen an. Also grundsätzlich alle Lösungen oder alle Angebote aus einer Hand, sodass der Kunde von vorne bis hinten komplett durchorganisiert werden kann durch uns. Ah, okay. Ja gut, eine letzte Frage habe ich noch. Man sagt ja, dass für eine Blockchain, also eine Bitcoin-Transaktion irgendwie der Strom für 25 US-amerikanische Haushalte benötigt wird. Stimmt das oder was können wir uns darunter vorstellen? Das ist zum Teil richtig. Also für die Bitcoin-Transaktionen stimmt das zu. Da muss man sich das so vorstellen, alle Beteiligten im Bitcoin-Netzwerk kennen sich nicht. Und um Transaktionen zu bestätigen, wird eine große Rechenoperation durchgeführt. Man muss sich so vorstellen, um die Operation durchzuführen oder die Lösung der Rechenoperation zu generieren, werden auf einmal alle PCs angesprochen oder alle Miner angesprochen. Und derjenige, der zuerst löst die Aufgabe, bekommt einen Reward dafür. Dementsprechend arbeiten am Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben 10.000 PCs, 10.000 PCs gleichzeitig an der gleichen Aufgabe. Wenn wir das mal abstrahieren, auf den Produktionsprozess beispielsweise, ist das nicht notwendig. Denn da hat man einen anderen Konsensusmechanismus, also eine andere Autorisierungsart und Weise, um die Transaktion zu bestätigen. Und hier kann man beispielsweise ein Trust-Center einrichten, der dann sagt, okay, die Autorisierung passt, ist gemacht und es dauert dann ungefähr nur noch 10 bis 15 Sekunden, um die Autorisierung der Transaktion durchzuführen. Also das ist nicht so energieaufwendig wie im Bitcoin-Netzwerk. Okay, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Ja, vielen Dank für das kleine Interview. Dann gucken wir uns doch andere Stände noch an. Vielen Dank.